Pegasus von Parfüm de Marley Dieses Dufterlebnis gehört wie Tom Ford und Creed ganz klar in die Luxuskategorie. Pegasus ist genau das, nämlich ein exquisiter Luxus, der für anspruchsvolle Männer von Erlesenheit gerade gut genug ist. Und den du dir, wenn du viel leistest, auch wirklich mal gönnen solltest. Ich muss sagen, in letzter Hinsicht ist der Preis sogar gerechtfertigt, gerade wenn man sich die panzerbrechende Silage sowie Haltbarkeit dieses Gebräues anschaut. Das macht's nämlich extrem ergiebig. Der Duft selbst ist ein absoluter Kracher, der, wie der Name schon sagt, einen reinrassigen Zuchthengst aus dir machen kann, welcher gewöhnliche Männer wie Ponys und Maultiere erscheinen lässt. Beschreiben lässt sich der Duft als würzig-süß, wobei besonders die metallische, kühle, marzipanige Bittermandel und florale Noten hervorstechen. Bittermandel Bittermandel Bittermandel